Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Update von Spintires. Valerius und ich haben uns entschieden, dass wir dieses Projekt nicht mehr weiterführen. Der Grund ist, dass wir denken, dass das Projekt in der aktuellen Form irgendwie nicht so interessant zum Zuschauen ist und wir lieber unsere Zeit und Energie, die wir haben, in ein anderes Projekt investieren sollen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Spintires ein schlechtes Spiel ist, aber es ist halt einfach mit der Zeit, die wir aktuell zur Verfügung haben, um Coop-Projekte aufzunehmen, ist es etwas schwierig, denn ich denke, damit es richtig interessant ist, müssen wir dieses Spiel stark schneiden. Dann bleibt aber von der ganzen Aufnahmesession nicht mehr allzu viel übrig, insofern können wir dann auch nicht wirklich viele Videos rausbringen von einem Projekt und ich denke, das ist dann auch wieder schade. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir dieses Projekt stoppen und stattdessen etwas anderes angehen. Dazu kommt dann bestimmt in demnächst mehr. Ich will jetzt nicht genau sagen, wann, aber es ist auf jeden Fall was in Arbeit. Und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt trotzdem ein bisschen gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Spiel wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.